Hallo Leute, was geht denn so bei euch ab? Bei mir ist hier gerade... Oh, Alter, entschuldigung. Ähm, ist hier gerade... Ich weiß nicht, es ist die Nacht eingebrochen und die bauen sich hier gerade irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich so'n kleines Kabuff. Ähm, und das sind hier Maywood Place und der Koko Kaki... Kaki... Kaki, ja, Koko Kaki, so. Ähm, Maywood Place gibt's auch auf YouTube zu sehen. Und ihn da hinten, glaub ich, auch nicht, weiß ich nicht. Ähm, und wir haben gerade so ne kleine Session hier im Laufen. Und ich denk mal... Ich nehm hier so ein bisschen auf und... Könnt ihr mal sehen, was wir hier so fabrizieren. Während ich das Ganze ein bisschen vorspule und ein bisschen Musik mir da rein packe. Ab... Na oder... Na komm, ich laber ein bisschen was dazu. Aber jetzt ist sowieso Nacht und nichts Interessantes, also... äh... hab... hab... gerade... über... keinen... durch... blick... ab. Das... Sollten einen übrigens bekannt vorkommen. Ich weiß nicht, wann ich jetzt hochladen werde. Schon nicht irgendwann. Ist auch jetzt gänzlich uninteressant. Hey, es ist Tag. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Hallo, ich will das hier. Ja, ich sende... Ach, wie ist das denn jetzt? Ach, ist der Tag oder was? Wie wäre... Woher denn hin? Ist das ein Zombie? Ja, ich weiß nicht, das wäre... Nee, wo ist denn der jetzt? Hä? Zombies? Creeper! Oh, Creeper! Yeah! OMG, it's... Creeper! Ist Creeper, ja toll. Ich will schreiben, it's... Komm, den ohnen wir jetzt noch ein bisschen. Eigentlich sieht man, es geht. Äh, äh... Äh, äh... Äh... Hallo, Scheiße normal, äh... Prügelin! Ja... Geil. Well done. Holz gekriegt? Oh, geil! Was machst du da eigentlich, älter Kollege? Willst du den Holzboden, oder was? Willst du Holzboden haben? Was ist denn vor? Hä? Komm, Zimmer, Zimmer! Na, ich will mich jetzt craften eigentlich doch. Ich will Stickys haben. Äh, naja, was mach ich denn hier, ich Idiot? Dazu muss ich jetzt anmerken, es ist gerade, ähm, 1 Uhr morgens. Also, mein Kommentar-Stil dürfte irgendwie ein bisschen abgeknaddelt sein. Ich hab grad einen Livestream hinter mir. So. Mal alles machen hier, schautet ihr nie. So. Was geht hier vor sich? Sticky, meiner. Ey, ist meine. Ach, ist noch meine. War sogar meiner. Ja, was, Ärztin? Da ist er doch. Ich hab' ja gar nicht so. Ach so, ich hab' das Holz. Ich komm' nach. Ach so, ich hab' das Holz. Ich komm' nach. So, machst du mal Optionen, so, dann, na wohl das ist ein bisschen zu viel, so, back to game, und mach mal die Musik aus, dann mach das rastig, dann zeig mal ein bisschen lauter, so, dann ist es done, done, back to game, oh yeah, aber das ist ein Creeper, oh Gott, er wird vom Creeper verfolgt, ich rötte dich. Leider Creeper, oh. Bist du des Wahnsinns? Naja, whatever. Ach nee, den lass ich mal da stehen. Cause my neue Taktik. Falls die Bäume mal zu hoch sind, was die hier sowieso nicht sind, aber egal. Hallo, ich hab gar nicht gedrückt. So, alter, was machst du da? Ey, das sieht so gehämmert aus. Hast du keine Axt? Ich gebe meine auch nicht. Ich fang jetzt einfach an, diesen Baum hier abzureißen. Das ist so scheiße riesig, damit wir ein Problem haben. So was für ein Problem. Okay, das ist schwarz, egal. Ich mach jetzt mal hier so Sand hin. So. Alle sammeln sie fleißig Holz. Und was macht Maywater IP? Äh, Plays, nicht LP. Hä, wo ist Maywater denn hin? May, what? What? Wo bist du? Oh, Fragezeichen. Ach, er ist left the game. Ach so, okay. Okay. Gut, äh, er ist weg. Das, ähm, erklärt einiges. Machen wir noch ein bisschen Werbung für ihn, dann ist er weg. Ich glaub, dass er hackt. Wie ich das hier überhaupt hochlade, ne? Wolla. Blub, 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 blub. Äh, ne Workbench. Uh, wo kommt der denn her? Wup, wup. So, und vergewaltigen wir nochmal die rechte Maustaste. Ah, so, zack. Gut, ähm, ich baue, weißt du, was ich habe, ich baue am Haus weiter. Okay, weißt du, ich baue am Haus weiter. Okay, weißt du, ich baue am Haus weiter. Ach so, er auch. Okay, gut. Oh, ist ja schön zu wissen, dass da jemand was spielt. Kann ich ihn sch- na, ich will ihn gleich schlagen. Gewalt ist nichts Gutes, meine Kinder. Gewalt ist nischt Gutes, nischt Gutes. So, und wenn wir dieses Haus fertig haben, werde ich auch erstmal beenden, weil ich will ja nicht 50 Jahre hier... Oh, das sieht ja schon schön aus. Soll Erde durch Holz... ersetzt... ...setzt werden... Oh Gott, ich kann nicht schreiben. Werden? Fragezeichen. Smilies machen das Leben schöner. Rosa, was macht er? Wieso macht er das? Jo, okay. So. Dann mach ich schon mal hier Holz und so, ne? Ist auch klug, dass ich jetzt die Schaufel wegpacke. So. Ich hing fest, alter, hä? Achso, er hat schon angefangen zu bauen. Ja, okay. Ja, ist ja schön jetzt hier, ne? Und dann, ja. Was ist denn das, ey? Das ist ne Fliege auf meinem Bildschirm. Du grad gedacht hast... Wä? Ist irgendwas von Minecraft? Der Kö... ... wird... ... 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 Hey, ich däckhör. Ich däckhör, ich däckhör. Der hat sich verarscht. Ah, diese scheiße Mücke. Hier fliegt schon die ganze Zeit in Mücke rum. Die hab ich gepiekt. So, das Dach dann auch aus Holz, oder was? Ich mach einfach mal mein... patentiertes, geiles, Mega-Dach. Das war jetzt total unnötig. Das sind doch Steine. Idiot. Ich bin so dumm. Ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Äh. Will ich wieder noch hören, oder nicht? Ich dachte schon. Äh. Äh. Ja genau, fahr rein. Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt. Hau weg den Mist. Hau weg den Mist. Hau weg den Mist. Nacht und das Dach ist fertig. Hau weg den Mist. Ich bin so krank. Ich bin so krank. Und das sind... Ich bin so krank. Blub Äh Home Ich kann ihn mal schreiben Home Sweet Home Hihi Ja, was machst du da? Ja, ja, was machst du denn da? Erzähl doch mal Hol der hin Ähm Er baut sich jetzt da längs, das heißt Ey Er hat Leiter gebaut, sag das doch Hm Hm Äh, ja Was macht er da jetzt? Äh Ey, ist ne Höhle, Digga Kannst du mal auf mich da anzuschöpfen? Äh, äh Äh, will ich seh nix Äh Ist da hoch Ist da hoch Ich will da hoch Geht das eigentlich, wenn man Ach shit, ich kann mich hoch Aua Panik, ich will hier raus Äh 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 So Bäh Achso, ja, okay, so kann man natürlich auch rausgehen Äh, gut, dann mach ich mal so und so Und die kommt weg, das kommt da hin Jetzt muss ich eigentlich mit der Erde anfangen So Was macht er denn da? Ich frage dich, was macht er da? Was soll das hier werden? Was hat das alles mit Minecraft zu tun? Ich geh mal raus und ein paar Viecher punchen Ähm, ja, er macht kein Was macht er denn da? Ach, er stellt die Werkbench um Ich seh ja auch nix, ne? Das sowieso kann sein Eine Kiste, uh, uh Ist da schon Was produktives, ne? Ist hier was drin? Ach, Glas, wie schön Ich packe das Glas mal, nehm ich mir mal Das klau ich mir mal Und tu ich mal jetzt erstmal alles da rein Ach, ich packe das Anzeug auch gerade rein Schön Was ist denn alles, ey? Ach, hier ist schon wieder alles Geupgradet, werd ich weg war Wo ist denn der hin? Hä? Äh Ich mach mal den Boden Ich bin nämlich ganz so ein bisschen Kohle geil Und mein Auto ist gerade Verdammt weh vom Headset Kleinen Moment Mit May what LP Nein, May what May what Player So heißt er Gut, bis zum nächsten Mal Tschüss und Ciao Tschüss und